Mein Name ist Amadeza Sadegi. Ich bin Professor für Systemsicherheit im Fachbereich Informatik der Technischen Universität Darmstadt. In meiner Forschungsgruppe beschäftigen wir uns mit vielen Aspekten der Computersicherheit, beispielsweise Betriebssystemsicherheit, Hardware-Sicherheit, aber auch Applikationssicherheit. Ein wichtiger Schwerpunkt hier ist mobile Sicherheit, speziell Smartphone-Sicherheit, beispielsweise Android-basierte Systeme oder iOS-basierte Systeme. Unser Vorschusszentrum für IT-Sicherheit an der TU Darmstadt ist das größte und wichtigste in Deutschland, aber auch in Europa. In Hessen und speziell in Darmstadt haben sich viele IT-Unternehmen angesiedelt, von großen deutschen Unternehmen bis hin zu KMUs. Die brauchen alle IT-Sicherheit und wie wir wissen aus aktuellen Diskussionen, dass diese Thematik extrem wichtig ist. Daher denke ich, dass Hessen in dieser Beziehung weltweit eine große Rolle spielt.